Moistimeyer Jungs, herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Ihr hört schon, ich bin nicht der Reloxi, sondern ich bin der Opa. Moin moin Leute und heute gibt es mal wieder eine richtig saftig knäftige Folge Random Doos. Bevor ich aber weiter rede Jungs, lasst doch jetzt alle mal ein Like. Und wenn ihr noch nicht diesen Kanal abonniert habt, könnt ihr natürlich auch gerne den Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren. Es würde mich und mein Enkelchen freuen. Und wenn euch dieses Video zum Lachen bringt, dann schreibt es mir auch gerne in die Kommentare. Ich würde sagen, ich möchte gar nicht viel herumreden. Wir beginnen jetzt direkt mit dem Trolling. Und ja Jungs, gönnt euch das Video. Vielen Dank für 650 Abonnenten, Ehrenmänner. Kuscht ihr raus, let's do. Wie man auf Deutsch sagt in der heutigen Zeit. Ja, ja, hallo, kann jemand Deutsch? Hallo? Hallo, hört mich jemand? Hallo? Hört mich irgendjemand? Hallo? Das ist, das ist ja, moin moin, hörst du mich? Hallo? Ja, 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 Frehly, grüß dich, mein Lieber. Ne, woher kommst du? Hast du schon Bayern oder woher? Ja, ja, Frehly, mein Lieber. Jetzt, 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 da war gerade was Fehler. Da war gerade, ich hatte was im Hals drin. Jetzt hörst du mich vernünftig. Aber wo wollen wir hin, wo wollen wir hin, mein Lieber? Nach Slurpee, boah? Bist du Deutscher oder wie? Ja. Ja, sauber. Deutschlein. Ne? Und wie alt bist du, mein Jüngchen? Zwölf. Zwölf, oh, das sind ja zwölf ganze Jahre. Also, weißt du, als ich damals zwölf war, war ich nicht den ganzen Tag vor der Slay Station oder was das da ist. Ich war draußen, ich hab die Natur genossen. Nicht so wie du. Und? Alles klar bei dir? Mhm. Sauber, Minion. Wie, wie, du musst mir das Game so ein bisschen erklären, ne? Ich krieg das nicht so richtig hin. Ich hab hier jetzt eine, eine blaue Famous. Ist, ist die gut? Ja. Ja, natürlich ist die gut. Ja, 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 ja. Ja, ja. Kannst du aufhören, nur zu reden? Wie bitte? Ich hab, ich hab das doch ausgemacht, oder nicht? Ich rede doch jetzt ganz normal. Mensch, unfassbar. Hä, weißt du nicht, wie alt ich bin? Du musst ein bisschen mehr Respekt haben, ne? Komm, Destroyer, ich muss ehrlich sagen, du bist echt für mich wie so ein Enkel, den ich nie hatte. Weißt du? Du bist mir echt ganz schön ans Herz gewachsen, mein Lieber. Hier sind Anemies. Anemal, ja? Kommst du her? Kannst du her sprinten, mein Lieber? Die sind hier, die Recht. Die Recht an der Front, an der Front, an der Front. Wir müssen die attackieren. Komm, du gehst von hinten, ich mach von vorne. Dann machen wir ein schönes Manöver und dann holen wir die. Wie damals, im Krieg hab ich das auch so gemacht. Das waren Zeiten. Hier, hier, zack. Zack, und? Wie im Krieg. Ja, ich hab nichts verlernt. Seitdem krieg ich immer noch aktiv am Start. Hinter dir, hinter dir, Werner. Hinter dir, hinter dir. Hab dich wieder mal beschützt, ne? Mein lieber Kamerad. Direkt vor uns. Zack, 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 zack. Der hat einige Hits bekommen. Wir müssen ihn holen, wir müssen ihn holen. Come on. Komm, wir kriegen ihn. Gemeinsam sind wir stark. Er ist weggelaufen, wie ne, wie ne feige Radl. Ist er weg. Wie alt bist du denn? Wie alt ich bin, das möchtest du wissen. Na, ha, ha. Ich bin 65 Jahre alt. Das waren Zeiten doch. Und wie alt bist du, mein Lieber? Zwölf. Wie alt bist du? Ich hab nicht ganz gehört. 13 oder 12? Zwölf. Ja, musst ein bisschen lauter reden, ne? Meine Ernstchen sind auch nicht mehr die jüngsten. Hier, direkt vorne, vorne, vorne. Komm, den holen wir, den kriegen wir, oder? Komm, du, du, du riechst an. Einfach, einfach ran an die Front. Ran an die Front. Ran an die Front. Ran an die Front. Der hat einige Hits bekommen. Einige Hits hat er geschlucht. Ran da, ran da. Sauber, Werner. Wir beide sind das beste Team. Guck mal, ich hab mir heute den Emote hier geholt. Der macht das so. Ten. 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 Werner, ich bin echt stolz auf dich, mein Lieber. Was ist denn das für ein Skin, den du hast? Ist der nicht okay? Oder wie der, wie der, wie das heißt? Mhm. So, dann lass uns mal weitergehen, mein Lieber. Mein Lieber Schalle, du. Das ist ja ein tolles Auto. Und, alles klar bei euch, gerade wegen Corona ist hier ja gerade diese Zeit, ne? Nicht, dass du, Jüngchen, mich hier noch mit Corona anstechst, ne? Für dich ist das eventuell nicht gefährlich, aber für mich mit meinen knalligen 65 Jahren kann das Ganze ganz schön tödlich enden. Deswegen bitte ich dich nicht ins Mikrofon rein zu husten. Mhm. Schön. So, dann lass uns mal weitergehen. Eine Schatzentruhe, mal gucken, was drin ist. Oh, ein großer Schildtrank. Prost, mein Lieber, Prost. Ich hab dir eine Fremd-Regress-Geschichte. Kannst du annehmen? Eventuell nächste Zeit, so. Dann können wir mir doch noch mal eine Rolle spielen, wir beide als zu werden, ne? Ja. Komm mal her, hier, mein Lieber. Warte. Mein Lieber Schalle, jetzt hab ich das versichert nicht alleine aufgebaut. Tut mir echt leid. Aber hier kannst du dich noch heilen. Ich bin ein Mädchen. Ich bin ein Mädchen. Unangenehm. Du bist, was? Ein Mädchen? Ja. Du hörst dich aber ganz schön an wie so ein, wie so ein, also ich möchte dich ja jetzt nicht irgendwie beleidigen oder so, ne? Aber du hörst dich einfach an wie ein Junge. Und warum heißt der dann Destroyer? Wieso nicht Destroyerin? Hahaha. Der Account ist von meinem Bruder. So, ja. LG an den Bruder. Und wie lange sagst du schon Fortnite? Äh, seit Season 2. Nice. Spielst du das Ganze auch aktiv oder eher nur so dein Bruder? Nur mein Bruder spielt manchmal nur. Aber du darfst auch drauf spielen oder wie? Das ist ja schöne Geschwisterliebe. Ja, das ist meine Playstation, aber hier ist halt sein Account. Achso, ja, also es ist ja... Ja. Und wenn Sie ich holen oder wie? Ja. Let's see go, wie man das heute in der heutigen Zeit sagt. So, Manni, Barbara, jetzt nicht, später. Unfassbar. Du möchtest, dass ich essen gehe, Mittag. Hattet ihr schon Mittag? Ja. Sauber. Darf ich eventuell meinen kleinen Neffen ranholen? Neffe, komm ran an die Olver. Komm mal her jetzt hier. Hallo, hallo, ich bin dein Neffe. Hallo. Und, wer bist du? Willst du mein Freund sein? Ja. Hat gerade mein Opa mit dir gespielt? Ja. Du musst hier sehen, der ist nicht so gut in Fortnite. Okay? Ja. Ich gebe dann das Hetznis wieder meinen Opi. Ja. Da bin ich wieder. So. Warum hört er sich so komisch an? Wie bitte? Warum hört er sich so komisch an? Wie meinst du? Ich höre mir doch nicht komisch an, mein Lieber. Oh, meine Liebe. Nein, dein Neffe. Ach, mein Neffe, der ist drei gerade. Okay. Ich habe schon einen ganzen Kinn. Und wie flachst du? Hier sind die Gegner. Hier sind die Gegner. Komm, ran an die Front. Mensch. Schießen die Schießen. Hat einen Hit. Hat einen Hitz. Oder wie man das nennt. Kannst du mir Rückendäschung geben? Ich komme dann von hinten. Ey, der attackiert mich. Der attackiert mich. Ich gehe runter. Ich gehe runter. Ich gehe runter. Ich gehe runter. Der hat so einen Bogen. Mit dem ist nicht zu spaßen. Nee. Hat er nicht. Niemand holt. Baaah. Mist. Ja, muss ein bisschen lauter reden. Meine Ernstchen sind auch nicht mehr die Jüngsten. Das ist ein bisschen die Jüngsten.